ich muss mich mal gleich wieder auf die bank setzen nein doch ich muss mir dann erstmal soda besorgt geht schon zu neigen hier macht eigentlich irgendjemand hier draußen die baumstümpfe kaputt ich will nur die bäume die da drauf stehen wohl die bäume deswegen sag ich immer baum fällt meistens warum steht warum fliegt das tut er auch meistens wenn ich weiß was der bomb sonst noch so machen kann also wenn ich dich oben auf die spitze drauf setzen bis ganz nach unten ziehen kann er verschwinden das hört sich zwar falsch an aber auch wieder krank an und tut weh tut mir leid ich bin ein bisschen gestört ganzen sporen der kann nicht mehr aufs klo der arme der braucht danach nicht mehr aufs klo da kommt er da kommt er kommt auf dich er kommt auf mich er redet halt weg retten kryss ui jajaja Was? Exe! Was? Mein. Mein. Hey! Ey, sei was! Wie wollte ich essen? Hier! Oh, hier! Hatten wir nicht irgendwie mal gesagt, wenn Nacht wird, dass wir da irgendwas machen? Ja, sogar ins Bett. Damit es ein schlechter Tag wird. Okay. Jo, kommt mir nicht zu nahe. Dann müsst ihr auch jetzt auf mich warten. Ich habe keine Ausdauer. Oh Gott. Voll. Bleib weg! Bleib weg, Johnny! Du Irrer! Vor allem Cybert, du musst dir noch eine Hütte bauen. Dahin ist doch Broke gegangen. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich lasse mich mal schlafen. Warte Cybert, hier. Hast du Stöcke dabei? Ich hole gerade welche. Fünf Stück bloß. Müsste ich haben. Was? Was? Rausseh mir. So, schlafen. Eins, zwei, drei. Und jetzt Mutanten in der Base, dann würde ich so lachen. Hihihi. Vor allem, ich habe keinen Unterstucken. Der ist schon wieder. Der einzige Mutant, der hier ist, ist Kloster. Hihihi. Und was ist mit diesem Sonic? Hihihi. Das war die Strafe. Die nächste Strafe ist, dass ich den Dermit schlafen werde. Das sah so komisch aus. Das hast du Wasser getrunken und hast so rumgezuckt. Ja. Doch nicht. Die nächste Strafe wird sein, dass ich den Dermit schlafen werde. Wow. Alter, ich bin so schnell, du bekriegst mich nicht mehr. Ja. Äh. Okay. War hier nicht irgendwo ein Haus, wo das aus Versehen und... Ach, egal. Hä? Egal. Hihihi. 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 D purchased Linda mit so einem Drachen drauf, oder? Hihihi. Ja, mit so einem, ähm, umgedrehter. Hihihi. Dann haben die halt viel werden auf ihr indispensable. Ja, ich glaub, Jooo. Das muss hier noch mit ran werfen. Hä magnificper. Sag ich doch, dass der... Wieso liegt denn hier jemand rum? Weiß nicht. Hihihi. In der dritten und hier. Also ganz ehrlich. Hier Melvin... Nee, das geht so nie weiter. Hä, was habe ich den schon wieder? Hihihi. 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 muss sein. Oh mein Gott, das waren viele. Halt bitte nicht den Arm. So, dein nächster Arm auch ab. Wenn du faul rum liegst, brauchst du auch keine Beine mehr. So. Mann, Armer, Arm. Und den Kopf brauchst du auch nicht mehr. Guck mal. Guck mal. Was macht ihr da hinten? Dein Wort. Guck mal hinter dir. Da liegt noch ein Baum. Die beten. Betet mich an. Und töte die. Hey, was? Ich töte die gerade alle. Sonic, ich helfe dir. Danke. Hast du jetzt wirklich? Baumfeld. Meine Rüstung ist kaputt. Was geht hier rum? Und hier liegen Vögel rum. Und Menschenfleisch. Hier. Liegt ein Arm. Oder was auch immer das Feuer war. Mein Wagen ist kaputt. Ne, das ist der sein. Oh. Hier ist eine Frau. Dann töte sie. Also hier hinten im Wald die Baumstümpfe könnt ihr stehen lassen. Von dort aus passiert ja dann nichts mehr. Irgendwie stöhnt hier was rum. Malvin. Malvin, was machst du schon wieder mit den Eingeborenen? Äh. Nur töten. Sicher? Bin ich mir sicher. Ganz, ganz sicher. Ja, na klar, Guck. Wie oft hast du mich jetzt angelogen? Zu oft. Nimm mich mit. Nein. Alles verkauft. Dann nehm ich sie eben selbst mit. Ja, nehm sie ruhig. Okay. Was? Ja, nehm sie ruhig, Malvin. Mach's doch richtig so. Na gut, ich lass euch da mal mit eurem Späßchen alleine. Warte, ich speichere noch kurz ab. Alles klar. Könnt ihr mir bitte bis zu dem Zeitpunkt ne Hütte bauen? So weit werden wir nicht kommen. Wieso? Weil ich jetzt das erste Mal hochklettern muss. Wie hochklettern? Ähm, hier unten ist ne Versammlung. Eins, zwei, drei und einmal Gebrüll. Hier ist noch jemand. Vier, was? Ich hab schon wieder was aufgebaut. Echt? Wann ist die nächste Aufnahmesession? Übermorgen. Also alle zwei Tage. Ui, guck. Dann wird übermorgen schon wieder Viecher bauen. Oh ja. Da ist man. Ey, dieser Typ hier unten, der um den Baum rumschleicht. Wie die einfach die schlupft. Äh. Äh. Ja. Hey, ich hör Dinger. Oh Mist. Oh Mist. Ja. Oh Mist. Wie der dahinten wegrennt. Jetzt sind die alle bei mir. Äh, die Mann. Ne, ne. Ena steht hier. Und dann sind auch normale Eingeborene hier bei mir. Oh, die gehen wieder zu dir. Ja. Äh, ja Cybert. Schönen Abend dir noch. Hä? Was ist jetzt? Ja, der ist doch auch gleich netzer. Oh. Oh. Aber immer noch ein Channel. Mhm. Ach toll, jetzt regnet's. Und die rennen weg. Die rennen weg. Ne. Okay, einen hab ich. Ähm, die sehen mich gerade nicht. Die laufen ganz normal rum. Das Problem ist, wenn ich jetzt runtersprich... Und da haben sie mich gesehen. Ja, schöne Aussicht hier oben. Da liegen ganz viele Baumstämme rum. Komm, ich rette dich mal wieder. Ja, Ena kommt zu dir. Pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Warum ist der größer als ich? Und vor allem, wo kommt der dritte Weiß jetzt auf einmal her? Ist da noch jemand? Der Ene ist gerade weggerannt. Der Ene ist einfach an mir vorbeigelaufen. Ja, ich hab's mitbekommen. Wir müssen unbedingt die Mauer fertig kriegen, also... Nein, ich hab's mitbekommen. Nein, das ist... Esiros ist nicht mehr. Ah, nein, 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 nein. Wo springst du denn da in? Oh, ich bin hier bei der Base. Nein, ich mein den grauen Affen hier. Ach so. Der ist tot. Bis wohin sind denn die Baumstämme geflogen? Keine Ahnung. Die Baumstämme sind sehr sehr weit geflogen. Weißt du was? Wir haben doch hier gerade so viel Holz. Genau. Ja. Was? Wir sind aber wirklich extrem weit geflogen hier. Ich kann mit der Leiche Kunststückchen machen. Okay. Nein. Geht nicht. Doch eben ist es geflogen. So ich hol die andere Karre. So ich denke mal jetzt noch jeder eh ne Fuge und dann müsste das Holz hinten auch weg sein. Mhm. Ach das reicht sogar in Kahn aus. Und mich jetzt nie alles täuscht. Da hast du... Wo bist denn du jetzt hin? Ja an der Mauer. Achso. Die ist fertig. Also fast. Ich gucke gerade hier ringsum ob irgendwo noch was drüber geplumpst ist. Aber es sieht mir nicht danach aus. Gut. So ich habe fünf Holzstämme. Okay. Ist die andere Mauer dann drücken wir auch schon fertig. Äh. Ne hinten bei der Baumseite von denen sie anbeten ist es noch offen. Und hier an der Seite. Ja. Ohne Ausdauer geht gar nichts. Oh. Jetzt habe ich die Dings. Äh. Was ist denn da? Was ist denn hier noch? Es muss noch gebaut werden. Äh. Nein. Ich habe noch zwei gelbe Hammer. In die Richtung wo du stehst. Auf der anderen Seite. Achso. Äh. Ja. Ich fahr die jetzt erstmal hier runter. Ja. Deine Hasen äh fallen sind noch keine Hasen drin. Ja. Die werden noch mal verscheucht von den ganzen Eingeborenen. Malvin. 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 Äh. Ja. Malvin. Das hier. Ich habe gerade einen Stock im Arsch gerammt. Jetzt habe ich hier irgendwas am Stock hängen. Ihhh. Wahrscheinlich noch Reste. Äh. Ja das sieht so ein bisschen... Aber apropos. Äh. Weil du gerade sagst Reste. Oh. Mhm. Muss doch alles wiederverwertet werden. Boah hier sind auch schon Fliegen dran. Ja die waschen sich halt nicht regelmäßig. Ach jetzt weiß ich was das ist. Das sind die... Baum... äh äh Holzzäune hier. Ja so. Die Mauer... Die Mauer ist auf jeden Fall komplett fertig hier hinten. Da müssen wir nur noch vorne machen auf das Stück. Und da hinten rennt auch schon wieder welche bei dir in der Ecke. Die haben das mitgekriegt. Warte. Nein. Die laufen weg. Äh. Laufen normal. Aber die haben es trotzdem mitbekommen, dass da was passiert ist. Ja. Ich versteck mich gerade in einem Bosch. Achso. Ich versuch... Also ich versuch's. Na ich mach jetzt hier an den ganzen Toren noch die Standfackeln hin. Also die Schädel leuchten. Dass wir immer wissen wo ein Türchen ist. Ja ok die laufen weg. Und was wir noch brauchen... Ist wieder hier... Schüsseln. Schüsseln? Ja. Dass wir in jedem Baum wo so ein Ausguck ist... Äh. Ein Harzsammler ranmachen können. Ähm. Ja. Die haben mich gesehen. Äh lol. Hier drinnen liegen einfach mal Holzstamme rum. Okay. Ja. Ja. Von dem Baum, die ich so gefällt hab, dass sie hier reinfallen. Da schreien die Mädels. Das sind wohl auch so ne Droopies. So richtige Fangirls. Ja. Das heißt du hast uns endlich erreicht aus Youtube. Ja ok. Hier rennen die Mädels hinterher. Ja. Ah hier sind schon leuchten dran. Ok. Ähm. Dorte sind leuchten. Dorte sind leuchten. Dorte sind leuchten. Dorte. Dorte. Vorsicht. Kommt einer Richtung Base. Ja. So. Entschuldigt wir Baumstämme noch von hinten rumliegen. Abergleichen im